Herzlich Willkommen an euren Freunde zurück zu Among Us, zusammen mit Conny, Aaron, Magnus, Knut, Lexi, nur Lukas und Simon. Ich hab mich erlötet und was sind wir? Das ist Lukas Orange. Das ist ein Typ hier, der hier Stüssi machen muss. So, zack. Und weg. Schnell weg da. Ich sehe mich nämlich auf der Map bin ich immer sehr, sehr schnell tot, tatsächlich. Statisch, statisch, statistisch gesehen. Nebenbei gucke ich heute Hartes Deutschland, denn Love Island kommt ja gleich wieder. Oh nein, ich hätte es schlecht ein bisschen, oder? Es geht, es geht gerade wieder, es geht wieder, Leute. Es hat ingame geleckt, ja? Nicht wegen mir, danke. So. Ja, Hartes Deutschland, ne? Love Island kommt gleich wieder. Habt ihr die Tasks ausgemacht? Oder an? Lexi, da wird es ein bisschen aus. Okay. Hä, ich hab die leichte Lopla auf der Map. Hab ich was offen? Nee. Hm, seltsam. Weiß ich gerade nicht, wieso. Äh. Was kann ich hier denn machen? Ah, hier kann ich gucken, wer wo ist. Oh, da ist Conny. Oh, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ich bin in Gefahr. So, zack. Kommt, ich spiele auf Emulator, die ganzen Grafen, irgendwas verpackt. Danke. So, dann gehen wir hier mal schnell raus. Weil Aaron ist mir auf den Fersen. Warte, ist jetzt ein oder zwei Brüste? Geh weg, Aaron. Gut drei. Oh nein. Ich hab Angst. Oh. Ich hab Angst. Ich war lieber hier. Ja, meine ich ja. Ich war lieber hier. Ich hab Angst. Das Ding ist Magnus. Wo ist er? Wo ist Magnus denn? Ich weiß es nicht. Egal, egal. Egal, egal. Wir gehen jetzt einfach zum Licht erstmal. Haben natürlich Angst. Da lebt noch jeder. So, Simon verfolgt mich hoffentlich nicht. Okay, okay. Ich guck weiter. Oh, da kam mir Magnus wieder entgegen. So, erstmal Mühe hier wegbringen. Super. Was haben wir hier? Oh. Ah, das war das. Oh, oh. Conny, Conny. Ja, Conny. Lass mich mal in Ruhe. Was kommt, Diet? Wieso ist Aaron auch hier? Was ist das denn jetzt hier? Hä? Ah. Okay, okay. Dann. Achso, ich brauch nur einen. Oh Gott, da ist Aaron. Aaron, geh bloß weg. Oh Gott, ich muss da rein. Ich muss da rein. Aber das schaff ich jetzt nicht. So, hier. Komm. Komm, Leute. Links, komm. Komm, 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 schnell. Schneller. Güte. Bitte, bitte, bitte. Äh. Leute? Wow. Wow. Wie ist denn niemand da hingefommen, Lexi? Der heißt nur Kling, Alter. Achso, Lexi, du warst es auch. Ich hab gar nicht verstanden, wer war. Ich hab nicht mal jemanden gesehen. Ja, wir haben die halt... Wir haben die halt... Wir haben die halt... Wir haben die halt... Lukas, wo bist du denn gestorben? Ja, wir haben die halt mal gekehlt. Simon, wir sind selber. Lukas war Storage. Aber... Ja, ich hab nicht einmal bald jetzt geguckt? Hab ich. Ich wollte aber nicht geboten, als Lukas raus war. Und ich wollte, ich wollte nach 6... Bei 6 wollte ich instill, ich hab gesehen, dass du gestorben bist. Dann wollte ich instill ein Tier links machen. Dann wurdest du weg, ist direkt. Und dann wohrt hier dieses Dings hin. Ja, du bist doch draußen. Achso, ja, du bist draußen gestorben, ne? Conny, wie beschreibt man das, wo ich dich gekehlt hab? Keine Ahnung. Draußen. Wo? Wo war's? Knut, äh... Bei dem... Bei der Planke, bei der Piratenplanke. Hm? Achso, neben der Planke. Hm? Ja. Da war. Okay, Leute. Mein Fehler war es... Warte, wie viel ist es etwa jetzt? Acht. Acht, okay. Äh, mein Fehler war es tatsächlich, dass ich nicht wusste, dass wir zwei sind. Ich muss da oben gar nicht hin. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Also öfters mal den Knopf da in der Mitte drücken. Gut. Oh Gott, wo ist der denn? Ist der am Firefox-Planet? Ist der? Da ist er. Da ist er. Äh, ich hoffe, das machen die anderen. Ich hoffe, die anderen machen das. Ich denke schon. So klug sind die, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Wo ist mein... Oh nein. Magnus geblieben. Ach nee, das ist Knut. Ich muss hier ganz, ganz schnell raus. Alohomora. Alohomora, please. Bitte lass Knut nicht hier rein. Ach, sehr gut. Ach, tot. Äh, unten bei O2. Und ich hab Aaron gerade von Camp oben rauslaufen sehen. Als... Ja, ich bin zu weit gegangen, um zu gucken, ob jemand ein Tod ist, aber hast du schon einen Reporter. Oder wo ist O2? Ich. Äh, bleib auf. Da war ich nicht. Ach, rechts ganzes Wirt. Magnus war es nicht. Derkel war auch jeden Fall auf dem Aufruf. Ich bin mit 7 auf dem Aufruf. Ich bin mit 7 auf dem Aufruf. Lukas. Ja. Ich bin echt angegangen. Lexi hat mich auch gesehen, ne? Oder nicht ganz am Anfang, ganz rechts. Wir sind zwei im Post, ne? Den Bootchen. Ach, schlimm. Jemand weiß, wer der Tür ist. Ne, kein Plan. Nicht. Also ich bin's, ne, ich aber... Naja, wir müssen... Ich hab jetzt keinen richtigen Beweis, um das... Er ist gekommen. Ah, Tobi. Ich glaub, Aaron, Aaron hat recht. Und warte, du glaubst, Aaron hat recht, oder du glaubst, Aaron ist es? Ja, beides. Nein, ich glaub, Aaron hat recht. Tobi ist nicht mal dabei. Ja, keine Ahnung, hat Aaron doch eben gesagt. Hast du... Hast du nicht zugehört? Es gibt... Tobi ist nicht in der Runde nochmal. Lukas. Ja, mein Schlamm ging's zwar gar nicht, aber ich glaube, Aaron... Ich glaube, Aaron klingelt nicht nach, wir sollten skippen. Ach so, ja, schon. Schon disconnected on the server. Das ist natürlich gut, dass... Dass wieder niemand nach mir nachgefragt hat. Ach nicht. Das ist dann der Tor. I see. Das fand ich sehr gut. Der war ja, Agus. No, Knoti, don't go. Bisschen lecker. So. Jetzt haben wir uns nicht richtig alle gesehen. Rot auf. Eine rotes Stadt. Wir machen das mal eben schnell hier. Dann laufen wir hoch. Wieso kommt nur Lukas wieder zurück? Aha. Da war Lexi auf jeden Fall. Lukas, kannst du mich nicht verfolgen? Das war sehr nett. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Okay, da liegt keiner. Ne. Lukas, geh weg von mir. Es war so klar. Es war so klar, dass Lukas es ist. Oh mein Gott. Ich hatte tatsächlich wieder recht. Ich wollte echt Lukas voten, aber dann habe ich gedacht, ne komm, kann ich nicht machen. Es war so klar. Oh Gott. Ich hoffe, Aaron hat es gesehen. Es sei denn, Aaron ist selber. Imposter. Das kann natürlich auch sein. Mies. Ich wollte gerade wo? Ich wollte gerade das Mädchen. Wie viele hast du denn getötet, Lukas? Einen. Soll die durch? Einen. Ja. Wir waren halt nur zu sechs noch. Deswegen brauchen wir ja nicht nur Double Kill. Ja, wir brauchen nur ein Double Kill. Leute, was ist der Code? Ist immer noch der gleiche? Ja. 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 Wir waren zu sechs. Einen guten Tag. Der muss jetzt bleiben, sonst müssen wir jetzt um... Ach Leute. Juli, ohne dich können wir nicht spielen. Fang doch nicht erst. Oho Mai. Ziel mir taus' auf gar, Mann. Doch, Alter. Kannst du vielleicht nochmal Marco anschreiben. Let's da auch mit dabei, bin doch schon hier. Marco war vor keine Ahnung nach einer Stunde oder so mit Alice auf der Pläse rum. Woah nicht nur, warte mal um's. Ist das diese Blonde, oder was? Ja das ist nicht Blonde, das ist meine Haftmung aber ein bisschen heller. Der Killcooledown ist tatsächlich ein bisschen... Simon? Was ist mit dir? Ah, niemand fehlt tatsächlich. Ich würde sagen, start rein, wenn er AG timeoutet ist, wissen wir nicht, wenn er wieder... Okay, nevermind. Ich, ich. Okay. So, ich dachte, du machst Hausaufgaben. Ne, Knut, weißt du das. Killcooledown ein bisschen runter. Äh, beziehungsweise Tart. Ne, warte. Okay, Leute, ne, dritte Runde für euch. Wow. Amazing. Amazing. Amazing einfach nur. So, du kannst... Du musst noch einmal kurz hier meine Mathe aus Götze schreiben. Könnt ihr. Mach ich. Okay, er macht das. Er macht Licht aus. So, können die Weichen jetzt erst töten. So, die können da mal alle hinlaufen. Da ist Fenrich. So, das ist Elias. Eliasien. Wo bist'n du? Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr interessant. Wo kommt man hier? Kommt man hier hin. Okay. Du leicht. Da ist Knut. Da ist Knut. Da ist Knut. Das heißt, ich könnte ihn vielleicht ganz gut da unten abfangen. Das ist gut. Sehr gut. Machen wir nämlich einmal Licht aus. Dann gehen wir mal hier gucken, ob hier Knut ist. Oh, 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 oh. Bist du einmal durch? Hallo, Lexi. Scheiße. Es ist Moritz. Nein. Noll, Knut ist schon wieder tot. Warte, 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 warte. Ich war durch die Schleuse oben durch die Schleuse gegangen. Also ich hab Knut gesehen. Ja, aber Magnus war da auch Lexi. Warte nochmal, Lexi. Nochmal, Lexi. Was? Wie? Wo? Warum? Es gibt vier Schleusen. Lexi, Magnus war hinter mir eigentlich. Die Contamination. Ja, was ist damit? Bin ich in die obere, ist Knut in die obere gegangen. Währenddessen hab ich mich gescannt. Und dann bin ich ihm nachgelaufen. Aber ich hab ihn halt nicht mehr gesehen. Na, weil er ist nach oben gelaufen und du hast dich gescannt. Ja, weiter, weiter, erzählen. Ja, weiter, weiter, erzählen. Und dann wollte ich da rausgehen, dass ich meine Tasker drin gemacht hab. Und währenddessen kommt mir Conny entgegen und ich seh dann unten Knut am Eingang. Oh, Conny kann dir nicht entgegengekommen sein, weil ich auch nicht angekommen sollte. Ja, hinter mir war aber Magnus, Lexi. Du hättest Magnus nur sehen müssen. Was ist das? Moritz? Ich war unten links. Auf jeden Fall kam mir dann Moritz entgegen und Knut lag halt... Knut lag halt in dem Eingang unten. Ich hab grad Auto gesehen, du Lele. Ja, kann sein. Ich bin blind. Fuckin' gut. Leute, lasst doch erstmal Moritz ausreden hier, ey. Sonst kettet der wieder, ey. Das wollen wir doch nicht. Hat er noch was zu sehen? Einer, Moritz, hat mich gerade... Hat mich gerade am anderen Ende der Map sehen wollen. Hey, dich hat er schon mal wollen, was sie sehen. Also ihr meint, ist das Moritz? Ja. Kann's auch skippen, wenn ihr möchtet. Ja, okay. Ich sag, Magnus war da. Lexi, ich vertraue dir. Ich bin hundertprozentig sicher, dass ich Magnus da war. Wir müssen nicht... Wir sind sieben, wir müssen nicht wohnen. Ja, eigentlich was sieben wohnen wir nicht. Aber bei sieben wohnen wir eigentlich nicht. Aber wenn's totes Hafe sind... Ey, so blind kann man das sein. So blind kann man das sein. Es ist braun und schwarz, nur so. Lächerlich. Ah, Conny, ja. Ich hoffe, ihr tötet gleich Magnus. Ja, danke. Mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal. Ja, er hat gerade mal gesagt, Magnus verraten hat. Oh ja. Emergency. Lächerlich. Lächerlich. So, ich hoffe, ihr tötet gleich Magnus. War natürlich ein bisschen blöd, dass jetzt er dabei ist. Lächerlich. Lava. Hätte nicht gedacht, dass Lexi da auf einmal ist. Wieso ist nur Luke... Wieso kämmt Lukas da eigentlich an dem Schalter? Auch so, bisschen belastend, oder? Weiß nicht. Kommt irgendwie blöd drüber. Irgendwie blöd drüber. So. Ich mach euch zu. So, wo ist Lexi? Ich troll jetzt Lexi einfach. Wo ist Lexi? Da ist Lexi. Okay, okay. Die laufen noch zusammen herum. Lexi geht nach oben. Sie geht... nach... oben. What the fuck? So. Perfekt. Oh Gott, das ging schnell. Stimmt, man kann die ja aufmachen. Ach man, das ist blöd. Das ist echt blöd, dass man die aufmachen kann. Die laufen jetzt auch die ganze Zeit hin und her. Das finde ich nicht so nett. Ist echt nicht cool. Aha, Magnus steht da wieder dummer rum. Der wartet nur auf einen Moment, ich sag's dir. Der ist es. Gefühlt ist er's. Gefühlt ist er's. So. Dude. Dude. Gucken. Ob es Markus noch schafft. Lexi macht wohl nichts. Aber ist nicht schlimm. Okay, okay. So. Wir verfolgen jetzt ihn hier. Lexi verfolgen wir wieder. Die will. Sie will da rein. Oh. Alarm. Alarm. Also, es ist jemand gestorben. Leute, Rot ist tot. Ja, warum denkst du, hab ich Emergency gemacht? Ich bin jetzt im Live-Dings-Booms gegangen. Ich wollte auch grad zum Live-Dings-Booms gehen. Da wollte ich auch hingehen, weil ich meine meine Tasks fertig bin. Da ist bestimmt mal endlich jemand tot. Ja. Endlich. Alle müssen weg, ey. Sag mal, Lukas, ich hab ein schlechtes Gehör. Was hast du gerade gesagt? Zum Glück haben die anderen kein schlechtes Gehör, weil die müssen ja über dich entscheiden. Das ist ja die Hauptsache. Also eigentlich kann Lexi und Tobi für mich vouchen. Für wen? Auch nur eigentlich, ne? Für mich? Ja. Hast du jetzt aber hier gekauft? Der grüner. Ja, Lexi. Ich hatte 90% der Zeit nebeneinander. Ja, das ist ja... Wär ich dann Poster, hätte ich die beiden instant weggemacht schon. Ja, klar, weil... Du hast mich sogar den Alarm ausmachen sehen. Ja, Lexi hat den ausgemacht, du warst ja auch auf dem Weg dahin. Sag mir, du hast am Anfang lights gecampt. Ich hab, ich hab alle mal... Nee, nein. Okay, der war alles. Ich hab keine Ahnung. Digga, das war lights. Aber das heißt ja gar nichts. Ich hab einmal lights ausgemacht, aber ich hab lights nie gecampt. Okay. Nee, das wär... Nee, ganz... Ganz am Anfang sind ja lights ausgegangen. Und dann war das schnell wieder da. Und... Okay. Wenn du... Wenn du inno bist, machst du sowas eigentlich. Wenn du inno bist. Deswegen hat mich das... Ja, das hätte mich grad überzeugt. Die Tür... Äh... Beim Labor, wo man zum Drill kann, war zu. Und Simon ist da rein unter den Drill gemacht. Deswegen bin ich mir zu 90% sicher, dass es nicht Simon ist, weil er nicht durch die Tür laufen sollte, um Tars zu faken. Wär aber schon ziemlich ehrenvoll. Also ich glaub auch irgendwie nicht, dass es Simon ist. Ja, ich hab keine Ahnung, ey. Er ist bei den Sabotagen gewesen, wenn ich's gesehen hab. Ich denke auch nicht, dass es Lexis, weil sie mich mehr verrät unten legen können. Mal kurz fragen. War das... War das vorhin ein Double-Kill? Kein... W-Womit? W-Womit? Was? Was? Was meinst du? Okay, ich glaub dir. Raus mit Magnus, komm. Easy. So raus mit Magnus, hallo! Wir haben keine Magnus! Gekreuz! Nein, die Fotzen! Aber warum denn jetzt Magnus? Hä, was wurde denn gesagt jetzt noch? Lukas meinte, Magnus muss es sein. Ich hab ihm vertraut. Ich hab ihm vertraut. Ey, jetzt sinds... Okay, nein, sonst wärs vorbei. Uuuuuff. Als ob er's jetzt nicht gewesen ist, das an der Scheiße. Ja, auch zufällig. Geht hier die Tür zu. Alarm! Alarm! Ich will kurz Sachen klären. Ich will kurz Sachen klären. Okay, warum haben wir jetzt Magnus rausgebotet? Die wichtigste Sache zuerst. Ich bin's nicht. Ja. Das ist jetzt einfach geklärt. Ja. Wir haben Magnus rausgebotet, weil ich doofer. Ja. Mein Gott, okay, das geht auf mich. Aber es wäre dumm, mich jetzt damit zu bestrafen, mich auszuboten. Weil du einfach einen anderen random rausgebotet hast. Hm. Also ich meine jetzt in der Lage ist es schlecht, weißt du, wenn wir zu 8. Na gut, na gut, hätt ich akzeptiert. Aber die Lage... Ja, ja, das ist es ja. Das ist es ja. Fertig, akzeptiert. Spezielle, ja, spezielle Umstände erfordern spezielle Maßnahmen. Und das ist jetzt keine Maßnahme, die man ergreifen sollte. Und daher... Ja. Aber wisst ihr was? Das Gute ist, eine Postel müssten wir schon mal rausgebotet haben, weil sonst hätte ich schon gewonnen. Einer ist schon mal raus. Ja, wir haben halt Moritz Verschwindibus gemacht. Das war halt... Ah, Rundi! Hasaraki... Ne, wie ging das nochmal? Avrakedavra, genau. Also kannst du komm gleich. You were moved. You were moved. Ab in die Lava. Ab in die Lava, genau. Ejectors. Wenn wir vielleicht... Ich hab noch eine Task. Wenn wir zusammen rumlaufen, hat doch irgendwas... Ich bin schon lange durch, irgendein Geistes afk oder so. Das nervt wieder. Das ist bestimmt dieser Conny. Sorry. Conny hat seine Task bestimmt schon gemacht. Also wenn irgendwer... Geister macht eure Aufgaben. Echt mal als Scheißgeister. Der Calcordown ist bei 40 Sekunden. Ja, also... Weil jetzt ehrlich, wenn wir zu viert rumlaufen... Ja, echt. Da kann ich so... Das wird easy, ja. Aber zu viert rumlaufen ist kacke für mich. Ja, okay. Es ist natürlich auch so zwar. Aber wisst ihr was? Entschuldigung. Wir spielen nur mal das Spiel und es sind zwei Apostel. Es wäre nicht so, als wäre es jetzt einer und man könnte... Ja, das stimmt. Wenn man zu viert rumläuft, okay. Nein, wenn die zwei Apostel wären, hätten wir schon verloren. Ja, ich habe auch geskippt, so in der Hinsicht. Ne, also das ist... Ja, das laufen alleine rum, Lexi. Ne, ne. Wir kommen. Ich muss zum Spezman. Ich muss zum Spezman. So kannst du es auch sagen. Stupf mir an, wenn ready, danke schön. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ein Spezman. Kein Plan, wo das ist. Und nicht. So, die versuchen jetzt natürlich hier wieder rauszugehen. Dann werde ich hier gleich die Türen schließen. Ja, da ist zu. Haben sie nämlich noch mal ein bisschen Zeit verloren, tatsächlich. Gut. Noch kommt keiner. Okay. Du bist einfach nur retard, du Faller. Du Faller. Was war das denn? Als ob ihr die restlichen Tasks jetzt fertig gemacht habt. Scheiße. Ich hab den Kleber nicht gefunden. Ja, ich hab im Anfang einfach reingedrückt mit den Türen. Alter. Ich hab im Anfang einfach reingedrückt mit den Türen. Alter. Ich hab' das erkennende Stilpflächer. Ich hab' das mit ein bisschen mehr gebilder, aber ich hab' der Türen entgegen, aber ich habe den Türen…